Hallo und herzlich willkommen bei Aktienbuddies und damit auch willkommen bei einer neuen Aktien-Schau. Heute geht es wieder um viele spannende Themen und zwar unter anderem um Spotify, um Boeing, um Stabilus, dann nochmal so ein bisschen nebenbei um BYD Semiconductor, jetzt nichts ganz großes, aber da kommen wir auch gleich nochmal zu. Und es gibt natürlich noch viele weitere spannende News und ich würde sagen, wir fangen jetzt hier einfach direkt einmal mit Boeing an. Denn laut Insider ist es so, dass Boeing am heutigen Tag, also am heutigen Montag, eine neue Frachtversion der Boeing 777 vorstellen möchte. Also ein Großraumjet und da möchten sie jetzt halt eine Frachtversion rausbringen. Die Aktie ist darauf jetzt, ich sag mal, jetzt nicht ganz positiv angesprungen. Man muss sagen, der Markt ist auch so ein bisschen durchwachsen, aber zumindest ist das mal wieder so eine kleine gute Nachricht, nachdem es ja jetzt irgendwie oft zu Boeing sehr, sehr schlechte Nachrichten gab, egal was die Untersuchung angeht. Die schlechte Variante von der 737, um das mal so zu sagen und so weiter und so fort. Das heißt also, hier haben wir dann mal wieder etwas Neues. Die neue Boeing 777X wurde tatsächlich auch schon länger erwartet und auch ist es laut Insidern so, dass man bei Qatar Airways auch ein großes Interesse da drin hat. Und zwar soll man wohl schon einen Vertrag unterschrieben haben und zwar über 50 Maschinen. Kommen wir mal zur Porsche AG. Das heißt also nicht der Autokonzert oder der Autohersteller Porsche, der ja unter der Obhut von Volkswagen ist, sondern der reinen Porsche AG, also im Prinzip der Gesellschaft von der Pirch und Porsche Familie. Und dort ist es so, dass der Finanzvorstand jetzt eine Verlängerung bekommen hat. Und zwar wird der Herr Meschke bis 2027 unter Vertrag bleiben. Man sagte über ihn, dass er in der Porsche AG sehr gut das Ganze voranbringt, was Digitalisierung angeht. Außerdem ist es so, dass er den Finanzbereich zukunftsorientiert aufbaut. Und das möchte man weiterhin so haben. Dementsprechend also die Vertragsverlängerung. Kommen wir mal zu Wasserstoffaktien. Da haben wir schon letztens drüber gesprochen. Also sowas wie Nelasa, Plug Power und Ballad Power und so weiter und so fort. Und da hatten wir auch letztens drüber gesprochen, dass es einige Experten gibt, die dort eigentlich relativ bullisch sind langfristig. Und auch JP Morgan hat sich dazu jetzt nochmal geäußert. Auch die sind sehr, sehr bullisch. Denn es ist so, man hat gesagt, viele kennen jetzt vielleicht nur den neueren Markt. Oder viele sind jetzt vielleicht gar nicht so lange dabei auf dem Aktienmarkt. Und dort war es natürlich so, dass man 2021 eine sehr, sehr schlechte Zeit gesehen hat. Aber letztendlich ist es so, wenn man sich das Ganze mal anguckt, im Gegensatz zu den Jahren davor, hat man auch bei den Aktienkursen eine exorbitant starke Performance gehabt. Das heißt also, das Ganze muss man erstmal aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Das ist also nicht nur jetzt, was ist letztes Jahr passiert. Dort sind halt viele ein bisschen runtergekommen. Aber halt auch nur deswegen, weil sie davor wirklich steil bergauf gegangen sind. Und die sind auch nicht unbedingt wieder auf dem Niveau von vor ein paar Jahren zurück. Sondern sind da trotzdem noch richtig stark im Plus. Und auch das wird wohl eventuell weitergehen. Zumindest geht man davon aus, oder ist bullisch für den gesamten Sektor über eine langfristige Zeit. Und geht einfach davon aus, dass die Margen besser werden. Dass man damit einfach mehr Gewinn macht. Auch vor allen Dingen, was wir auch schon besprochen hatten. Dadurch, dass vieles anderes einfach teurer wird. Also was die fossilen Brennstoffe angeht, dann lohnt sich das halt auch irgendwann einfach schlichtweg. Weil man ja einfach sagen muss, jetzt gerade ist es so, dass es vom Verhältnis noch sehr, sehr teuer ist. Wenn aber die fossilen immer teurer werden, dann lohnt sich das Ganze einfach, weil die dann relativ, ja ich sag mal, gleich teuer in einem Sinne werden. Und dann könnte man das Ganze auch einfach besser anbieten. Dann noch natürlich den Zusatz mit der grünen Energie. Das finden dann ja auch noch viele gut. Oder wollen dann viele auch noch unterstützen. Und dementsprechend geht man davon aus, dass man langfristig in diesem Bereich sehr bullisch sein kann. Oder JP Morgan in dem Fall ist. Und wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr übrigens gerne abonnieren und auch liken. Da freuen wir uns immer drüber. Gerne auch mal die Glocke drücken. Dann seid ihr nämlich immer auf dem neuesten Stand. Und klar, auf unseren Zweitkanal auch gerne mal vorbeigucken. Da kommt noch eine Chartanalyse. Und ich würde sagen, wir springen zum nächsten Thema. Kommen wir mal zu Heidelberger Druckmaschinen. Denn die sind ja auch relativ stark gelaufen in letzter Zeit. Und die laufen auch gerade heute wieder relativ stark. Man hat sich nochmal dazu geäußert, wie das Ganze weitergehen soll. Man ist ja gerade im Konzernumbau. Man war ja relativ, ich sag mal, veraltet oder nicht so zukunftsorientiert über lange Zeit. Ist dadurch auch nicht so stark gewesen. Jetzt gerade ist man wieder am Umbau. Egal, was das Ganze jetzt angeht. Autonomisierung. Aber auch zum Beispiel Elektromobilität. Und man hat jetzt sich dazu nochmal geäußert. Man möchte sich gerne schrittweise zu einem Automatisierungs- und Technologiekonzern umwandeln. Oder entwickeln, eher gesagt. Im Übrigen einer, der noch immer die besten Druckmaschinen baut. Das wollte man auch nochmal erwähnen. Aber generell möchte man sich einfach noch breiter aufstellen. Das ist letztendlich so die Kernaussage. Man möchte noch mehr in den Bereich Technologie gehen. Und da ist man ja eh schon auf einem sehr guten Weg. Ich würde sagen, damit schieben wir jetzt ganz kurz mal BYD Semiconductor dazwischen. Wie ich es schon am Anfang versprochen habe. Es geht dort jetzt wirklich nur um BYD Semiconductor. Die sollten ja schon länger an die Börse kommen. Wurde ja unterbrochen. Es gab ja gegen BYDs Berater eine Ermittlung. Das ist im Übrigen eine Anwaltskanzlei gewesen. Und dagegen, die ermittelt wurde, war es einfach so, dass man dann wohl den Börsengang erstmal absagen musste. Oder weiter nach hinten schieben musste. Das ging zumindest aus den Gerüchten hervor. Weswegen die chinesische Regierung das jetzt wirklich gemacht hat, weiß man nicht. Aber sie haben es fürs Erste nach hinten schieben lassen. Und jetzt ist es wohl so weit, dass es immer mehr vorangeht. Jetzt hat man ja schon die Bestätigung in Hongkong und auch am Chinex Board. Das ist quasi von Shenzhen so ein Tech-Ding. Ich würde sagen, das kann man so ein bisschen mit der Nasdaq vergleichen. Dort kommen eher so Tech-Konzerne hin. Also ich sag mal so das chinesische Nasdaq, um das jetzt mal so auszudrücken. Und dort hat man jetzt auch die Bestätigung bekommen, dass man sich dort listen lassen kann. Allerdings natürlich mit der Voraussetzung der Regierung. Das heißt also, dort ist man noch nicht weiter oder noch nicht durch. Das kommt noch. Also es gibt jetzt auch noch keinen Termin, wann ein Semiconductor an die Börse kommt. Aber zumindest ist es so, dass man jetzt auch einen ganz guten Weg ist und auch an der, ich sag mal, China-Nesdaq gelistet werden wird. Voraussetzung natürlich, die Regierung spielt da mit. Kommen wir mal zu Stabilus. Erstmal wurden die Zukunftsprognosen fürs gesamte Jahr bestätigt. Das heißt also, das erste Quartal war im Übrigen das letzte Kalenderquartal im letzten Jahr. Das heißt also, man ist jetzt gerade im zweiten Quartal. Dort wurden aber die Zahlen generell einmal bestätigt. Man möchte gerne eine bereinigte EBIT-Marge zwischen 14 und 15 Prozent erreichen. Außerdem soll der Umsatz zwischen 940 und 990 Millionen Euro liegen. Man hat aber natürlich auch die Zahlen fürs abgelaufene Quartal vorgestellt und die sind ganz interessant. Fürs erste ging es dann mal stark auf, wobei man sagen muss, die Aktie ist sehr, sehr volatil, ging mal richtig stark runter, ging stark auf. Könnt ihr jetzt ja auch gerne nochmal in den Chart gucken. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass man die Zahlen halt vorgestellt hat. Da kommen wir jetzt auch direkt zu. Die Erlöse konnten um 3,5 Prozent gesteigert werden und zwar auf 243,7 Millionen Euro. Das bereinigte operative EBIT dagegen ist leider etwas gefallen und zwar von 32,3 auf 29,3 Millionen Euro. Das Ganze liegt daran, dass man auch höhere Kosten hatte, unter anderem Rohstoffe. Das heißt also, das hat das Ganze etwas, ja ich sag mal, bedrückt oder etwas runtergedrückt. Aber nichtsdestotrotz, offensichtlich war das Ganze so im Bereich der Erwartungen. Ist gerade ein bisschen schwer zu sagen, wenn man jetzt rein auf den Chart guckt, denn es ist ein bisschen volatil, wie gesagt. Und damit kommen wir jetzt zu Spotify. Die haben etwas Probleme. Dabei geht es vor allen Dingen um Podcasts. Da wurden Sachen zu Corona gesagt, die wohl offensichtlich nicht so gut angekommen sind. Und letztendlich ist es so, dass man da jetzt ziemlichen Stress hat. Der ein oder andere Musiker hat sich dazu jetzt schon bekannt und gesagt, ich werde alles runternehmen von Spotify. Das heißt also, es gab dort doch schon einen durchaus relativ großen Aufschrei. Und Spotify selber hat jetzt angekündigt, dass man gerne die Corona-Fehlinformationen, die dort offensichtlich verbreitet wurden, kennzeichnen möchte. Das heißt also, dass man das Ganze etwas, ja ich sag mal, besser managen möchte und nicht einfach so dastehen lassen will. Das Ganze soll dann wieder so ein bisschen dazu dienen, dass man nicht diesen ganz schlechten Ruf hat, den man halt irgendwie jetzt durch diesen Aufschrei so ein bisschen hat. Und jetzt auch nicht eventuell noch weitere Künstler dann weggehen. Das kann natürlich auch so ein bisschen, ja ich sag mal, auf die Stimmung insgesamt am Aktienmarkt drücken. Und damit kommen wir zur letzten Nachricht und zwar einer ganz kurzen Nachricht. Die wird am 1. Februar stattfinden. Wenn ihr ins Depot guckt und nicht mehr die Daimler AG seht, wundert euch nicht. Die wird nämlich ab dem 1. Februar Mercedes-Benz Group heißen. Das also nochmal ganz kurz dazu. Also wenn ihr die Daimler AG dann in dem Sinne nicht mehr da habt, ihr habt sie trotzdem noch im Portfolio, aber halt unter anderem Namen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren, Glocke drücken und so weiter und sofort auf unseren zweiten Kanal natürlich vorbeigucken. Das würde uns richtig freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.